Scheiße, wir kommen nicht weiter. Hast du eine Granate? Nein! Fuck! Ach geil! Immer gut, den Area 13 Granatenpest dabei zu haben. Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, ihr habt es gerade gesehen, wir stellen wieder einen neuen Patch vor und zwar diesmal mit dem richtigen Knall. So sieht der aus. Ja, diesmal haben wir unseren Area Totenkopf in bekannter Spielkartenoptik. Diesmal hat er eine schöne Handgranate als Helm auf. Ja, und ihr habt es gerade gesehen, das Ding knallt auf jeden Fall. Ja, ebenfalls wieder A13 hier oben für Area 13, da unser Ass die Spielkarte. Hintergrund komplett in Schwarz gehalten, also sieht auf jeden Fall auch sehr geil aus. Gerade am Plattenträger kommt der richtig gut. Ja, abgesetzt natürlich alles in Gelb. Ebenfalls wieder die Area oder die Hangarfarben in Schwarz-Gelb das Ganze. Unser Totenkopf natürlich in Weiß und Oliv dann die Granate gehalten. Also ich finde ihn richtig, richtig geil, muss ich sagen. Ja, sieht wie immer top aus. Und natürlich, wer die Area Patches sammelt, ist für den natürlich ein absolutes Muss, den noch mit zu haben. Genau, der wird preislich ebenfalls wieder bei 11,99 Euro liegen, wie auch schon die anderen Area Patches und ist dann ab jetzt in unseren Onlineshop verfügbar. Wir haben aktuell 85 Stück, die wir in den Onlineshop reingeben. Danach wie immer, wenn die ausverkauft sind, sind sie ausverkauft, kommen auch keine mehr nach. Wie immer ein limitierter Patch. Ihr wisst es, die gehen sehr, sehr schnell weg. Also wer Bock hat, geht jetzt in den Onlineshop und kauft euch ja so einen schönen Patch hier bei uns. Ihr könnt ihr wie immer auch im Laden abholen oder euch natürlich nach Hause schicken lassen. Beides möglich. Link dafür findet ihr in der Infobox, wie immer über unseren Paper Shop Leipzig. Genau. Und ihr gerade schon ein Video gesehen habt, wir sind gerade hier im Hangar 13. Da geht es ordentlich los. Da könnt ihr auch euch bald auf sehr heiße Infos freuen. Gut, also dann ran an die Patches und wir sehen uns.